Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play WRC 5 mit Takt 2 aus Portugal. Falls ihr es nicht gemerkt habt, warum ich euch wundert, warum ich hier starte, es liegt einfach daran, dass quasi eben während der Komplettaufnahme meine Capture abgeschmiert ist. Ist jetzt nicht weiter schlimm, das Spiel speichert ja. Das heißt, wir müssen tatsächlich diesen Teil nur nochmal neu fahren. Das heißt, ich werde euch den kaputten Part oder je nachdem, wo er sich verabschiedet hat, rausschneiden. Ich hoffe, dass es nur während dieser Rallye war, dann ist es nicht weiter schlimm. Ansonsten würde euch leider ein Rallye Cup fehlen, aber wie gesagt, das muss ich gucken, wie der Aufnahme ist, wie weit der ist, keine Ahnung. De facto, wir machen die zwei Dings zu Ende, zwei Tage noch zu Ende, dann passt das auch erstmal von dem Let's Play her. Dann dürfte es eigentlich fast kein Problem sein. So, ja, ich würde sagen, gehen wir rein in den Tag Nummer 2, der WP3 aus Portugal. Los geht's. Los, 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 los. 30, links 5, Vollgas. In links 2 plus. Auf, rechts 3, macht stark zu. Für links 2 minus. So, auf geht's. Weiter, weiter, weiter. Push, push, push. Für links 3 plus, halten. Auf, rechts 4, lang, macht zu. Bremsen. In links 2 minus. 80, rechts 4, kurz. Bremsen. Auf, rechts 1 plus. Abweigung. In links 4, kurz. Für links 3. In rechts 3. Auf, Fahrnadel links. Auf, links 3. Auf, rechts 4, in rechts 3. Für rechts 3, kurz. In links 2 plus, lang. Ich hoffe, wenn es jetzt alles hält. Auf, rechts 2 minus, kurz. Auf, rechts 2 minus, kurz. Auf, rechts 2 minus, kurz. Auf, rechts 3, in rechts 3, kurz. In links 2, in rechts 2, kurz. In links 5, macht zu. In links 2, auf. Spitz rechts. Für rechts 2 plus, in rechts 3, in rechts 3, kurz. Für rechts 2, halten. In links 3. Für links 1 plus, ab, zweig, um. Für rechts 2, halten. In links 1 plus. Für links 4, halten. In rechts 2 plus, kurz. Für links 3, auf. Rechts 3 minus, in links 2 plus. In rechts 3, ab, vor. Auf, links 4, auf. Rechts 2, bremsen. In links 2, kurz. 50, rechts 1, macht zu. Was ist der da? 100, links 3 minus, macht zu. In rechts 2, kurz. Das ist relativ viel was länger. Das ist natürlich irgendwie das nächste Mal. Ist das ja nicht. Guck mal, das bleibt mir recht. Für links 4, in links 2, halten. Auf, rechts 3 plus, macht zu. In rechts 3 plus, lang, macht zu. 80, rechts 4, macht zu. In links 4. Für rechts 1 plus, erzweigung, as 5, in. Spitz links. 30, links 4, auf. 30, links 4, auf. Rechts 3 plus, lang, bremsen. Wacht zu, in links 2 plus. Auf, rechts 2, kurz. 30, links 1 plus. 30, links 3, kurz. Auf, rechts 3. Für rechts 3 minus. 30, rechts 3, bremsen. Auf, rechts 1 plus, erzweigung. In, spitz links, auf. Spitz rechts. Auf, links 3 minus. Macht zu, in rechts 2, kurz. Für rechts 3 minus. Für links 5, bremsen. Auf, links 2 minus. Auf, rechts 2, kurz. Für links 2, kurz. In, rechts 2. Für rechts 2. Für links 2 minus. Oh, tschüss. Ja, gar nicht, weil du schliesslich. Ja, heute her. Kannst du nicht. Für rechts 2. Für links 2 plus. Ja, war, das ist doch auch nicht. Nein, das ist doch nicht. Der kann, der kann, der kann. 80, rechts 3 minus. In, links 3, auf. Rechts 3 plus. Für rechts 1 plus. Wacht zu. Oh, tschüss. Oh, tschüss. Für links 3, halten. Auf, rechts 4, halten. Auf, links 3, in. Rechts 3, in. Links 1, Verzweigung. In rechts 5, Wacht zu. Auf, links 2, lang. In rechts 3, kurz. Für rechts 3 minus, halten. 30, Kuppe auf. Links 2 plus. Lacht hinzu. Und geschafft. Juhu. Wir haben es. Wir haben kurz zum Ziel nochmal abgeflogen. Wir haben nochmal ein bisschen was gut gemacht. 3,2 Sekunden aktuell der Vorschung für Abdul Aziz Al-Kuvari. Ebenfalls im Ford. Das heißt, wir haben weiterhin 4, 5 Ford sogar unter den ersten 6. Für unsere Vierfachführung, für uns, für unsere Marke. Cool. Tag 2, die WP4 steht jetzt gleich als nächstes an. So, weiter geht's. Ach, der gleiche kann einfach nochmal nur nachts. Okay. Los, los. 30, links 5, Vollgas. Links 2 plus. Auf, rechts 3, Wacht, Startzug. Für links 2 minus. Für links 3 plus. Halten. Auf, rechts 4. Lang, Wacht, Zug. Bremsen. In links 2 minus. 80, rechts 4. Kurz. Bremsen. Auf, rechts 1 plus. Abweigung. Auf, rechts 1 plus. Auf, links 3. In links 4. Kurz. Für links 3. In rechts 3. Auf, Haarnadel links. Auf, links 3. Auf, rechts 4. In rechts 3. Für rechts 3. Kurz. In links 2 plus. Lang. Auf, rechts 2 minus. So, erste Abschluss. 30, links 3. In rechts 3. In rechts 3. In links 2. In rechts 2. Kurz. In links 5. Macht, Zug. In links 2. Auf, Spitz rechts. Für rechts 2 plus. In Spitz links. Auf, rechts 2. Auf, rechts 2. Für links 3. Nacht, Stand in rechts 3. Für rechts 2. Halb in links 3. Auf, rechts 2. Für links 1 plus. Abweigung. Für rechts 2. Halb in links 1 plus. Für links 4. Halb in rechts 2 plus. Kurz. Für links 3. Auf, rechts 3 minus. In links 2 plus. In rechts 3. A, vor. Auf, links 4. Auf, rechts 2. Bremsen in links 2. Kurz. 50, rechts 1. Macht, Zug. Boah, Alter, was ist das für eine Strecke? 100, links 3 minus. Macht, Zug. In rechts 2. Kurz. Für links 4. In links 2. Halb in rechts. Auf, rechts 3 plus. Macht, Zug. In rechts 3 plus. Lang, Macht, Zug. 80, rechts 4. Macht, Zug. In links 4. Damit hat sich keiner mehr getrieben. Wir fahren durch die Schwerden. Und wir fahren durch die Schwerden. Und wir fahren durch die Schwerden. Das ist aber die Schwerden. Für rechts 1 plus. Erzweigung. Asphalt. In. Spitz links. Auf, rechts 3. Abschied. 30, links 4. Auf, rechts 3. 3 plus. Lang, Bremse. Macht, Zug. In links 2 plus. Auf, rechts 2. Kurz. 30, links 1 plus. 30, links 3. Kurz. Auf, rechts 3. Für rechts 3 minus. 30, rechts 3. Bremse. Auf, rechts 1 plus. Abweigung. Nämlich immer das gleiche. In. Spitz links. Auf, rechts 3. Auf, links 3 minus. Macht, Zug. In. Rechts 2. Kurz. Ah, schön auch. Geduldet. Für rechts 3 minus. Für links 5. Bremse. Auf, links 2 minus. Auf, rechts 2. Kurz. Für links 2. Kurz. In. Rechts 2. Für links 2 minus. Ja, ist klar. Aber gut. Komm her. Ups, ich lache. Scheiße, es ist weiter hoch. Boah, ey, ja, ist klar. Nochmal schönen Flugzeug ab. Versace. Tschüss. Schuss. 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 So, da geht es jetzt Ich bin mal kurz rumgedürftet, aber ich glaube, das dürfte Doch, es reicht 1,5 Sekunde haben wir nochmal was gut gemacht Für die Scheiße, die wir uns zusammengefahren haben, ist das gar nicht mal so schlecht 10,3 Sekunden am Ende vor dem letzten Tag aus Portugal So, dann dürfen wir uns hier oder darf ich mich hier von euch verabschieden Und wir sehen uns dann hoffentlich morgen wieder mit der WP5 an der Power Stage aus Portugal Bis dahin, ciao, ciao So, und da sind wir auch schon wieder zurück Mit der Neuen Folge Let's Play WRC 5 Oder mit einer neuen Folge Aus Portugal Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt Mit dem letzten Tag für heute Oder klar, für heute Für diese Woche Wenn es in den Abschluss geht Und dann haben wir auch schon wieder gut was vorgearbeitet Aber erstmal müssen wir das Auto reparieren Wir haben nämlich nichts mehr Liebe, neu rein Elektronik, wichtig Aufhängen hat sich auch komplett verabschiedet 20 Sekunden können wir uns eigentlich nicht erlauben Aber gut, passt Na, dann sieht das schon wieder gut aus Und dann würde ich sagen, gehen wir rein In den letzten Tag 4,47 Kilometer geht uns, glaube ich Oh, und wir haben den letzten Amtchen mit 3,35 Okay, das geht noch Das ist nicht allzu lang der Tag Weil gestern, der war ja schon wieder ziemlich lang War eine etwas längere Folge Nicht die längste, aber eine längere Folge Und dann wird es heute wieder ein bisschen was kürzer zum Abschluss Bis wir uns ja dann morgen wieder mit Formel 1 weitergeht Ja, auf geht's Ja, auf geht's Untertitelung des ZDF, 2020 Letzter Tank steht an 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 So, diese Folge rein Letzter Tank steht an So, sie war wieder Los, los, los Ich mag es nicht so gut Das Ding hier ist nicht so gut Auf, links, fünf, kurz In, rechts, vier, minus, bremsen In, rechts, eins, minus, für, links, drei, in, rechts, zwei, plus In, links, drei, kurz, kurz, in, links, vier, in, links, drei, halten In, rechts, zwei, plus In, rechts, zwei, plus Nein, 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 nein Ja Für, links, drei, halten, auf, rechts, drei, plus In, rechts, zwei, kurz In, rechts, zwei, kurz In, rechts, 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 rechts gewonnen. Nicht viel, aber es reicht. 16,4 Sekunden, um eine Gesamtwertung fünfmal fort da vorne zu haben. Wow. 32,06 Kilometer war es am Ende. Wir haben die Rallye aus Portugal gewonnen. Jetzt geht's nach Italien. Italien. Nach Sardinien. Und wir haben wieder einen kleinen Sprung gemacht. Wir sind jetzt auf einmal Dritter der Gesamtwertung. Haben wir nur noch einen Rückschlag von 28 Punkten. Hatten wir eben nicht. Der hat nämlich auch noch ein bisschen was nur gewonnen. 18 Punkte. Das heißt, wir sind noch mal 10 Punkte dran. Kommen wir an dem 38. Gut. Wunderbar. Sind wir noch einen kleinen Schritt näher dran in dem Gesamtsieg in der WRC 2. Und in der Gesamtwertung gibt es unser Team auch nur 10 Punkte hinter dem Team DMAC WRT. Also von daher schön. Also es ist beides noch in greifbarer Nähe. Sagen wir es mal so. Wir müssen. Wir sind schon gezwungen, Ergebnisse zu liefern. Aber das können wir ja. Hoffentlich. Gut. Und damit sollte es auch gut sein für diese Woche. Und wir sehen uns dann hoffentlich wieder mit einer neuen Rallye in Italien. Das war's für heute.